Der Wind in Arenal of Mallorca. Heute ist Samstag der 6. Januar 2024 bei 14 Grad. Sehr windig ist es heute wieder. So ein Mix aus Molken und Sonne. Aber die Temperatur fühlt sich echt fies an im Gesicht bei der Wind. Aber die Jungs haben auch mehr, die haben Spaß. Wasi Ob.... Faisung Fäbrii Das war's für heute. Das war's für heute. Rundfunk WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDRw Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Alles gut! ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Glockenburg Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020